Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gucken wir uns jetzt weitere Dateien zum Bereich Lagerverwaltung an. Insbesondere werden wir schauen, welche Teilprozesse in der Lagerverwaltung existieren und wie die zu Kursamtprozessen zusammengefügt werden. Das meiste davon werde ich Ihnen im Rahmen von Folien erklären. Lediglich den Wareneingang zu einer Anlieferung mit Start in Lagerverwaltung werde ich Ihnen im System zeigen, weil da sehen wir einen ganz interessanten Effekt, nämlich dass es negative Bestände gibt. Dazu jedoch später mehr. Lassen Sie uns als erstes mit den Teilprozessen beginnen. Wir werden uns um Folgen jetzt vier Teilprozesse anschauen, aus denen größere Prozesse zusammengesetzt sind in der Lagerverwaltung. Konkret sind das die Teilprozesse Material einlagern, Material umlagern, Material umbuchen und Material auslagern. Die Lagerverwaltung hat noch weitere Teilprozesse, die werden wir im Rahmen dieses Videos aber nicht betrachten. Jetzt starten wir mit dem Teilprozess Material einlagern. Der Teilprozess Material einlagern ist hier auf der rechten Seite als BPMN-Prozess dargestellt. Üblicherweise hat dieser Prozess ein Referenzbeleg, zum Beispiel ein Transportbedarf, das haben Sie im Rahmen der Fallstudie gesehen, eine Anlieferung oder ein Materialbeleg. Basierend auf diesem Referenzbeleg wird in dem Moment, wo Material einzulagern ist, ein Transportauftrag angelegt. Ein Transportauftrag dokumentiert in diesem Fall dann das Einlagern des Materials. Im nächsten Schritt erfolgt der eigentliche Transport der Waren im Lager. Die Materialien werden eingelagert und im ERP-System wird der Transportauftrag dann quittiert und damit ist das Material aus Sicht der Lagerverwaltung eingelagert. Ein wichtiger Schritt beim Anlegen des Transportauftrages ist das Finden des Nachlagerplatzes. In diesem Fall, wenn Material eingelagert wird, wird ein Nachlagerplatz benötigt. Im Rahmen der Fallstudie und auch in dem vorherigen Video habe ich das manuell gemacht. Allerdings bietet das SAP S4HANA System die Möglichkeit, dynamisch einen Lagerplatz zu ermitteln und das ist die sogenannte Einlagerungssteuerung. Wie erfolgt jetzt diese Einlagerungssteuerung? Die Einlagerungssteuerung besteht aus drei Schritten. Zuerst wird der Lagertyp gesucht, dann der Lagerbereich und dann der Lagerplatz. Im Nachfolgen werden wir diese Schritte nur sehr grob darstellen. Details gehen über den Umfang dieses Videos hinaus. Wenn Sie an Details interessiert sind, kann ich Ihnen zum Beispiel das Buch Warehouse Management mit S4HANA von Käper erfählen. Schauen wir uns den ersten Schritt an. Im ersten Schritt wird der Lagertyp gesucht. Das Suchen des Lagertyps verwendet zum Beispiel das Einlagerungstyp-Kennzeichen aus den Materialstammdaten. In dem Einlagerungstyp-Kennzeichen ist eine Lagertyp-Suchreihenfolge hinterlegt. Das ist Customizing, die beim Einrichten des Systems eingestellt wird. Das läuft ganz grob so ab, dass nach freien Lagerplatzkapazitäten in den durch die Reihenfolgen definierten Lagertypen gesucht wird. Wenn zum Beispiel die Typ Suchreihenfolge Typ 1, Typ 2, Typ 5 wäre, dann wird zuerst geguckt, ob in Typ 1 ausreichend Kapazität vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, wird in Lagertyp 02 geguckt. Ist auch das nicht der Fall, wird in Lagertyp 05 geguckt. Wird kein freier Lagertyp gefunden, gibt es eine Fehlermeldung und der Benutzer muss das manuell den Lagertyp finden. Nachdem der Lagertyp gefunden wird, wird im nächsten Schritt dann der passende Lagerbereich gesucht. Auch hier wird wieder ein Kennzeichen, zum Beispiel aus den Materialstammdaten, neben dem ich das Lagerbereichskennzeichen verwendet. Auch das ist wieder Customizing. In unserem Beispiel könnt ihr jetzt zum Beispiel der Lagerbereich M für die Mitte gefunden werden. Und der letzte Schritt ist dann die Suche des Lagerplatzes. Hier spielt jetzt die Einlagerungsstrategie eine wesentliche Rolle. Auch die ist im Customizing definiert. So ein Beispiel für eine Einlagerungsstrategie könnte zum Beispiel sein, dass gleiche Materialien zusammen auf einem Lagerplatz gelagert werden. Oder so eine Strategie könnte auch zum Beispiel sowas in Betracht ziehen, wie dass Gefahrgüter nur bis zu einer bestimmten Menge gemeinsam gelagert werden können. Also das kann sehr komplex werden. Auf jeden Fall durch die Lagerplatzsuche wird dann schlussendlich zum Beispiel der Lagerplatz 12-000 gefunden. Das ist ganz grob zum Überblick, wie die Einlagerungssteuerung funktioniert. Der zweite Teilprozess, den wir uns anschauen, ist der des Umlagerung eines Materials. Umlagerung hat das Ziel, ein Material von der Start- zu einer Ziellokation innerhalb des Lagers zu transportieren. Die Umlagerung haben wir auch schon mal gesehen im Rahmen des Videos zum Einkauf und der Beschaffung. Mit Blick auf die Lagerverwaltung gibt es verschiedene Formen der Umlagerung. Das kann zum einen die Umlagerung von einem Lager zu einem anderen Lager sein. Es kann zum anderen die Umlagerung zwischen Lagerplätzen innerhalb des gleichen Lagers sein. Es kann aber auch die Umlagerung von einem Werk zu einem anderen Werk oder die Umlagerung zwischen verschiedenen Lagerorten eines Werkes bedeuten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Umlagerung zu initiieren. Ja, das kann zum Beispiel eine Umbuchung in der Bestandsführung sein, eine Umlagerungsbestellung im Bereich Einkauf und Beschaffung oder eben aus der Lagerverwaltung gestartet, ein Umlagerungstransportauftrag oder eine Umbuchungsanweisung in der Lagerverwaltung. Schauen wir uns jetzt mal verschiedene Beispiele an dafür. Als erstes die lagerinterne Umbuchung. Bei der lagerinternen Umbuchung ist das so, dass ein Material umgelagert werden muss. Dafür wird ein Transportauftrag angelegt. Der ist das Ganze dokumentiert. Das Material wird innerhalb des Lagers transportiert. Der Transportauftrag wird quittiert und damit ist das Material dann umgelagert. Das ist ein sehr einfacher Prozess. Etwas komplexer ist das zweite Beispiel. Das ist die Umlagerung zwischen zwei Werken. In diesem Fall wird das in Form einer Umlagerungsbestellung durchgeführt. Und wie könnte das aussehen? Ja, also Material soll umgelagert werden von einem Startwerk zu einem Zielwerk. Dazu wird im ersten Beschritt eine Umlagerungsbestellung angelegt. In dem abgebenden Werk wird dann in Warenausgang gebucht. Sie wissen, das Buchen eines Warenausgangs führt zu zwei Belege, nämlich zu einem Materialbeleg in der Bestandsführung und zu einem Buchhaltungsbeleg in dem Finanzwesen. In dem aufnehmenden Werk wird dann in Wareneingang gebucht. Dieser wird durch Materialbeleg dokumentiert. Und in dem Fall, dass das aufnehmende Werk jetzt die Lagerverwaltungs- Funktionalität aktiv hat, ergibt sich aus dem Buchen des Wareneinganges ein Transportauftrag. Und dann, hier sehen wir jetzt schon einen unserer Zeitprozesse, wird der Treibprozess Material einlagern durchgeführt. Das Material wird jetzt in dem aufnehmenden Werk eingelagert. Was Sie hier auch sehen, ist, dass es bei uns nur einen Buchhaltungsbeleg gibt. Und daran erkennen Sie, dass diese Umlagerung von Werk an Werk in unserem Beispiel in dem gleichen Buchungskreis stattgefunden haben muss. Andernfalls müsste durch den Materialeingang hier auch ein Buchhaltungsbeleg erzeugt werden. Das ist nicht der Fall. Von daher können wir daraus schließen, dass dieser Beispielprozess die Umlagerung von einem Werk in ein anderes Werk innerhalb eines Buchungskreises ist. Was wir hier außerdem sehen, ist, dass wir in dem abgebenden Werk keinen Transportauftrag erzeugt haben. Und daraus können wir schließen, dass eben in diesem abgehenden Werk die Lagerverwaltung nicht aktiv ist. Dort erfolgt die Bestandsführung ausschließlich im Rahmen der Bestandsverwaltung. Den dritten Teilprozess, den wir uns anschauen, ist das Materialumbuchen. Um was handelt es sich bei dem Materialumbuchen? Bei dem Materialumbuchen geht es darum, bestimmte Merkmale von Beständen oder Teilbeständen eines Materials zu ändern. Das kann zum Beispiel eine Bestandsqualifikation oder ein Sonderbestandskennzeichen sein. Also eine Umbuchung könnte zum Beispiel sein, ein Material vom frei verfügbaren in den Qualitätssicherungsbestand zu buchen. Sobald die Lagerverwaltung in einem Werk aktiv ist, gibt es diese Umbuchung in zwei Varianten. Mit dem Start in der Bestandsführung und mit dem Start in der Lagerverwaltung. Wenn die Umbuchung in der Bestandsführung gestartet wird, dann sieht es folgendermaßen aus. Die Umbuchung wird zuerst in der Bestandsführung erfasst. Dadurch ergibt sich ein Materialbeleg. Das kennen wir schon. Sollte in diesem Werk jetzt die Lagerverwaltung aktiv sein, dann wird durch das Erfassen einer Umbuchung in der Bestandsführung eine Umbuchungsanweisung in der Lagerverwaltung erzeugt. Die Umbuchungsanweisung ist dann die Basis, mit der ein Transportauftrag angelegt wird. Der Transport wird durchgeführt und der Transportauftrag quittiert. Dadurch ist dann auch die Umbuchung in der Bestandsführung nachvollzogen. Und hier dran sieht man auch wieder diese Synchronisation zwischen der Lagerverwaltung und der Bestandsführung sehr schön. In diesem Fall erfolgt jetzt eben zuerst die Umbuchung in der Bestandsführung und wird dann in der Lagerverwaltung nachgezogen. In der zweiten Variante dieses Prozesses ist es genau andersrum. Da erfolgt die Umbuchung in der Lagerverwaltung. Es wird dazu eine Umbuchung erfasst. Diese Umbuchung führt zu einem Transportauftrag und sobald dieser Transportauftrag quittiert wird, wird gleichzeitig ein Materialbeleg erzeugt und dieser Materialbeleg sorgt jetzt dafür, dass diese Umbuchung auch in der Bestandsführung nachgezogen wird. Sie erkennen daran auch, dass wenn die Umbuchung zuerst in der Lagerverwaltung durchgeführt wird, gibt es zum Beispiel keine Umbuchungsanweisung. Dann wird die Umbuchung direkt durch den Transportauftrag erfasst. Der letzte Teilbeleg, der jetzt noch fehlt, ist das Auslagern des Materials. Dabei geht es darum, dass Material aus dem Lager entnommen wird. Das ist sehr ähnlich zum Einlagern. Es gibt wieder Referenzbelege. Basierend auf diesen Referenzbelegen wird ein Transportauftrag erzeugt. Das Material wird ausgelagert, Transportauftrag wird quittiert und damit ist das Material ausgelagert. Analog zum Material einlagern muss auch beim Material auslagern im Lagerplatz gefunden werden. Das ist jetzt aber nicht der Lagerplatz zu dem transportiert wird, sondern dass es der Lagerplatz aus dem entnommen wird. Das Ganze erfolgt im Rahmen der Auslagerungssteuerung. Wie sieht die Auslagerungssteuerung aus? Die basiert auch wieder aus drei Schritten. Zuerst wird ein Lagerplatz gesucht, dann im Kommissionierbereich, dann der Lagerplatz. Genau wie bei der Einlagerungssteuerung ganz grob, wie das aussieht. Erster Schritt Lagertyp suchen. Das kennen Sie schon. Das ist genau wie bei der Einlagerungssteuerung. Es wird jetzt hier das Auslagerungstyp-Kennzeichen verwendet, um den zugehörigen Lagerplatz zu finden, basierend auf einer Lagertypsuchreihenfolge. Wenn ein Lagertyp gefunden wurde, dann wird der verwendet, um daraus das Material auszulagern. Innerhalb des gefundenen Lagertyps wird dann im nächsten Schritt Kommissionierbereich gesucht. Im Beispiel rechts ist das jetzt der Kommissionierbereich 001. Dann ist der letzte Schritt, den korrekten Lagerplatz zu finden. Hier spielt jetzt die Auslagenstrategie eine große Rolle. Da könnte zum Beispiel sowas sein wie First-In, First-Out. Die ältesten Materialien werden zuerst ausgelagert. Basierend auf dieser Strategie wird eben der Lagerplatz gesucht, aus dem ausgelagert werden soll. Das können Sie jetzt in unserem Beispiel, zum Beispiel der Lagerplatz STPN 2.0.0. Wir haben jetzt vier Teilprozesse kennengelernt. Das Spannende ist natürlich, wie diese Teilprozesse zusammenspielen. Und das werden wir im Folgenden machen, indem wir uns zwei große Prozesse angucken, nämlich den Wareneingang und den Warenausgangsprozess. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Prozesse, wie zum Beispiel Inventur, Produktionsversorgung, Jagdmanagement und so weiter. Die gehen über den Umfang dieses Videos hinaus. Die werden wir uns nicht anschauen. Noch mal eine kurze Wiederholung zu den Wareneingängen. Ja, das kennen Sie eigentlich schon aus dem Video zum Einkauf und Beschaffung. Wareneingänge können geplante Wareneingänge sein, extern durch eine Bestellung oder intern zum Beispiel durch eine Fertigung oder sonstige Wareneingänge, zum Beispiel bei einer Bestandsaufnahme. Wir werden im Folgenden zwei Varianten des Wareneingangs anschauen, nämlich einmal mit Anlieferbezug und einmal ohne Anlieferbezug. Wie sieht der Wareneingang ohne Anlieferbezug aus? Beim Wareneingang ohne Anlieferbezug sieht das so aus, dass es eine Bestellung gibt. Zu dieser Bestellung, die Bestellung ist der Referenzbeleg, wird dann in Bestandsführung ein Wareneingang gebucht. Dieser Wareneingang führt dazu, dass ein Materialbeleg und ein Buchhaltungsbeleg erzeugt wird und falls die Lagerverwaltung aktiv ist, daraus auch ein Transportbedarf entsteht. Durch dieses Zwischenereignis Material einzulagern, ist jetzt gekennzeichnet, dass dieses Zwischenereignis jetzt unseren Teilprozess Material einlagern auslöst. Den Teilprozess Material einlagern, den haben wir eben vorher besprochen, der wird jetzt durchgeführt, um in der Lagerverwaltung jetzt das Material einzulagern. Die zweite Variante dieses Prozesses ist der Wareneingang mit Anlieferbezug. In diesem Fall startet der Prozess nicht in der Bestandsführung, sondern in der Lagerverwaltung. Damit das funktioniert, muss für eine Bestellposition festgelegt werden, dass die Bestätigung durch eine Anlieferung erfolgt. Das zeige ich Ihnen gleich auch noch mal im System. Wenn eine Bestellung angelegt wurde mit Bestätigungssteuerung Anlieferung, dann ist der nächste Schritt, dass zu einer Bestellung eine Anlieferung angelegt wird. In diesem Fall ist die Bestellung der Referenzbeleg. Das führt dazu, dass Material einzulagern ist und dass jetzt wieder dieser Teilprozess Material einlagern durchgeführt wird. Der Referenzbeleg ist jetzt eben kein Transportbedarf, sondern der ist eine Anlieferung. Das Ergebnis des Material einlagerns ist, dass ein Transportauftrag erzeugt und quittiert wird. In dem Moment, wo der Transportauftrag quittiert ist, ist das Material eingelagert. Das heißt, aus Sicht der Lagerverwaltung ist dieser Prozess abgeschlossen und es muss dann noch der nachgelagerte Schritt in der Bestandsführung durchgeführt werden, nämlich das Buchen des Wareneingangs. Auch der Wareneingang wird in Referenz zur Bestellung gebucht und das kennen sich schon erzeugt im Materialbeleg und im Buchhandlungsbeleg. Das Spannende an diesem Prozess ist, dass dadurch, dass zuerst das Material eingelagert wird in der Lagerverwaltung, bevor die Wareneingang gebucht wurde, es negative Bestände geben muss, damit der Bestand in der Lagerverwaltung und in der Bestandsführung gleich ist. Und das schauen wir uns gleich auch noch mal ein Beispiel im System an. Um den Wareneingang mit Anlieferbezug zu demonstrieren, lege ich jetzt eine neue Bestellung an. Ich verwende hier wieder die Standardwerte. Das ist nur ein Nullbuchungskreis. Der Lieferant, als Lieferant verwende ich diesen hier. Spannend ist jetzt allerdings die Position. Als Material verwende ich den Knieschoner mit der Nummer 1900. Der soll in das Werk San Diego in einer Menge von 30 Stück zu einem Bestellpreis von 40 bestellt werden. Um den Anlieferbezug herzustellen, ist es wichtig, dass wir in der Lieferantenbestätigungssteuerung hier Anlieferung als Bestätigungssteuerung auswählen. Wenn das gemacht ist, kann diese Bestellung gespeichert werden. Der nächste Schritt, der jetzt notwendig ist, ist das Anlegen einer Anlieferung. Dafür verwende ich die App Anlieferung anlegen und meinen Lieferanten. Und wir sehen hier, dass es jetzt genau einen Beleg, einen Einkaufsbeleg gibt, zu dem eine Anlieferung angelegt werden kann. Die übernehmen wir und sichern die entsprechende Anlieferung. Wir sind jetzt in dem Schritt, dass die Anlieferung angelegt ist. Als nächstes erfolgt jetzt der Teilprozess Material einlagern. Bevor wir dies tun, schauen wir uns noch mal unseren Lagerspiegel an. Der Lagerspiegel, nachdem nur die Anlieferung angelegt ist, sieht wie folgt aus. Ich werde für das Beispiel jetzt die Nummer 900 verwenden. Das heißt, der Lagerspiegel sieht aktuell so aus. Das ist, wie Sie das kennen von Ihrer Fallstudie. Und auch im Wareneingangsbereich finden wir noch nichts. Es ist bis jetzt nur die Anlieferung angelegt. Auch der Wareneingangsbereich gibt es unser Material, den Knieschützer mit der 1900 noch nicht. Der nächste Schritt ist also das Anlegen eines Transportauftrages mit Referenz zu unserer Anlieferung. Es sollte es nicht so viele im System geben. Ich suche die jetzt mal einfach. Das ist die neueste, die ich gerade angelegt habe. Und jetzt kann ich den Transportauftrag anlegen. Wir müssen jetzt natürlich wieder identifizieren, welcher Nachlagerplatz verwendet werden soll. Ich werde das auch hier ins Regallager, in den Gesamtbereich einlagern und den Nachlagerplatz, den ich verwende, ist dieser hier. Und somit wird jetzt der Transportauftrag angelegt. Schauen wir uns auch jetzt nochmal den Lagerspiegel an. Als erstes den Wareneingang. Und wir sehen jetzt hier, dass es durch das Anlegen des Transportauftrags jetzt diesen Lagerplatz gibt, der wieder die Nummer unseres Transportauftrages hat. Und wenn wir den ansehen, dann erkennen wir, dass es in diesem Lagerplatz jetzt aktuell ein Quant gibt. Und das Quant hat einen Gesamtbestand von 0. Es hat einen verfügbaren Bestand von minus 30 und einen auszulagernden Bestand von 30. Und da sieht man schon, was jetzt gleich passieren wird. Das SAP S4HANA System muss die Lagerverwaltung und die Bestandsführung synchron halten. Deshalb muss jetzt dafür gesorgt werden, dass der Bestand 0 bleibt, obwohl wir Material einlagern. Und das wird halt durch den negativen Bestand erzeugt. Das nächste Schritt, den wir jetzt durchführen werden, ist natürlich unseren Transportauftrag zu quittieren. Das ist der Transportauftrag, den wir gerade angelegt haben. Und wenn ich den jetzt quittiere, dann sehen wir, der Nachlagerplatz wird gewählt, die entsprechende Menge ist vorbelegt und ich kann diesen Transportauftrag quittieren. Wenn wir uns jetzt wieder den Lagerspiegel anschauen, dann sehen wir zwei Dinge. Schauen wir uns als erstes mal das Regallager an und da eben die Lagerplätze, die ich gewählt habe. Wir sehen jetzt, dass es auf dem Lagerplatz STBN 1900 das Material gibt, den Knieschoner. Hier gibt es jetzt ein Quant, das einen Gesamtbestand von 30 hat und einen verfügbaren Bestand von 30. Dieses Quant ist gerade durch das Quittieren unseres Transportauftrags gefüllt worden. Weiterhin gibt es aber tatsächlich auch noch ein Quant auf dem Wareneingang. Wenn wir uns jetzt den Wareneingang noch anschauen, dann sehen wir, dass es auch hier nach wie vor den Lagerplatz gibt, der die gleiche Nummer wie die Bestellung hat und dieses Material enthält. Wenn wir uns diesen Lagerplatz anschauen, sehen wir, dass es jetzt hier ein Quant mit einem negativen Bestand gibt. Durch dieses Quant mit dem negativen Bestand wird der positive Bestand, der sich jetzt schon auf dem Lagerplatz befindet, ausgeglichen und somit ist die Summe 0 und nach wie vor Bestandsführung und Lagerverwaltung synchron. Wir können uns jetzt auch noch mal diese Anlieferung anzeigen. In der Anlieferung gibt es nämlich eine schöne Statusübersicht und wir sehen jetzt in der Statusübersicht, dass diese Anlieferung aus Sicht des Warehouse Management, aus Sicht der Lagerverwaltung vollständig bearbeitet ist, aber aus Sicht der Bestandsführung ist diese Anlieferung noch nicht komplett bearbeitet. Also was natürlich noch fehlt, ist das Buchen des Wareneingangs. Die Buchen des Wareneingangs, die können wir über verschiedene Wege machen. Ich nehme jetzt hier mal eine Abkürzung über Anlieferung ändern. Hier kann ich direkt den Wareneingang für diese Anlieferung buchen. Wir sehen jetzt, dass der Wareneingang gebucht wurde. Es gibt den entsprechenden Materialbeleg. Sie wissen, Materialbeleg gleichzeitig wieder ein Buchhaltungsbeleg. Das, denke ich, haben Sie sich mittlerweile gemerkt. Und wenn wir uns jetzt die Anlieferung noch mal anschauen in der Statusübersicht, dann sehen wir, dass die jetzt komplett bearbeitet ist. Wenn wir uns jetzt den Lagerspiegel anschauen, dann sehen wir jetzt auch, dass der Lagerspiegel sich noch mal verändert hat. Schauen wir uns zuerst die Lagerplätze im Regallager an. Hier sehen wir jetzt, dass sich eigentlich nichts groß geändert hat. Hier gibt es nach wie vor dieses Material, den Knieschützer. Wenn wir uns das angucken, gibt es hier ein Quant, das den Knieschützer enthält und einen Gesamtbestand von 30. Was sich jedoch geändert hat durch die Buchung des Wareneingangs ist, dass der Lagerplatz mit dem negativen Lagerbestand von 30, den es im Lagertyp Wareneingang gab, also hier, der ist jetzt verschwunden. Den gibt es jetzt nicht mehr. Nachdem wir den Wareneingang gebucht haben, ist jetzt der zusätzliche Bestand von 30 auch in der Bestandsführung. Damit ist dieses negative Quant nicht mehr notwendig, um die beiden Lagerverwaltung und Bestandsführung synchron zu halten und damit wurde dieses negative Quant jetzt von diesem Lagerplatz entfernt. Und so haben Sie jetzt einmal gesehen, wie der Wareneingang mit einem Anlieferbezug aussieht. Da wird zuerst die Anlieferung in der Lagerverwaltung gebucht und dann erst die Bestandsführung nachgezogen. Nachdem wir uns jetzt den Wareneingang beispielhaft im System angeschaut haben, zur Vollständigkeit halber noch der Warenausgangsprozess. Der Warenausgangsprozess, der jetzt hier gezeigt ist, ist der Warenausgang zu einem Kundenauftrag. Ja, es könnte natürlich auch einen Warenausgang, aber hier zeige ich jetzt den Warenausgang zu einer Belieferung eines Kunden. Wie sieht er aus? Es wird zu einem Kundenauftrag eine Auslieferung erzeugt. Damit soll Material ausgelagert werden. Dieses Zwischenereignis führt dazu, dass der Prozess Material auslagern ausgeführt wird. Das Auslagern wird durch einen Transportauftrag dokumentiert. Ja, falls das notwendig ist, wird dann Material verpackt. Danach wird es gegebenenfalls nochmal umgelagert von einem Vorlagerplatz zum Warenausgang und dann wird schlussendlich der Warenausgang gebucht. Und der ganze Prozess in der Lagerverwaltung. Ja, auslagern, verpacken, gegebenenfalls nochmal umlagern, wird durch dieses Auslieferung, durch den Beleg Auslieferung gesteuert. Der letzte Schritt ist dann, das Buchen des Warenausgangs auch in der Bestandsführung nachzuvollziehen. Und da kommt es dann zum Buchen von einem Warenausgang, der wieder ein Material und ein Buchhaltungsbeleg erzeugt. Somit haben wir uns jetzt die Teilprozesse in der Lagerverwaltung sowie daraus resultieren zwei große Beispielprozesse, nämlich Wareneingang und Warenausgang, angeschaut. Das war es für dieses Video. Danke für Ihren Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.